Willkommen bei einem neuen Video von Bußgeldkatalog.org. Ich bin David und dieses Mal geht es darum, welche Bußgelder bei Geschwindigkeitsverstößen zwischen 21 und 30 kmh zu viel drohen und ab wann ihr bei einem Geschwindigkeitsverstoß mit Punkten und Fahrverboten rechnen müsst. Was droht bei Verstößen ab 21 kmh zu viel innerorts? Bei Geschwindigkeitsverstößen hängt die Höhe des Bußgeldes davon ab, wie viel ihr zu schnell wart, wo ihr gefahren seid und mit welchem Fahrzeug ihr unterwegs wart. Innerhalb geschlossener Ortschaften droht euch im Auto bei 21 bis 25 kmh zu viel auf dem Tacho ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro. Seid ihr 26 bis 30 kmh zu schnell, steigt das Bußgeld auf 180 Euro. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung mit einem Anhänger oder LKW müsst ihr dann deutlich mehr zahlen. Bei 21 bis 25 kmh liegt das Bußgeld bei 175 Euro. Bei 26 bis 30 kmh zu viel werden 235 Euro fällig. Was droht bei Verstößen ab 21 kmh zu viel außerorts? Außerorts fällt das Bußgeld bei einem Tempoverstoß von 21 bis 25 kmh zwar niedriger aus als innerorts, liegt aber mit 100 Euro immer noch im dreistelligen Bereich. Seid ihr 26 bis 30 kmh zu schnell, müsst ihr 150 Euro zahlen. Fahrt ihr außerhalb geschlossener Ortschaften mit einem LKW oder Anhänger zwischen 21 und 25 kmh zu schnell, fallen 150 Euro an. Bei 26 bis 30 kmh sind es dann 175 Euro. Ab wann drohen Punkte und Fahrverbote? Ab einer bestimmten Geschwindigkeitsüberschreitung müsst ihr neben den Verwahren und Bußgeldern auch mit weiteren Sanktionen rechnen. Heißt, habt ihr im Auto oder auf dem Motorrad 21 kmh oder mehr zu viel auf dem Tacho, wird euch ein Punkt in Flensburg eingetragen. Und ab 26 kmh zu schnell, müsst ihr mit einem Fahrverbot rechnen, wenn ihr in den letzten zwölf Monaten bereits einmal mit 26 kmh oder mehr geblitzt wurdet. Fahrt ihr mit einem Anhänger oder LKW zu schnell, wird ein Punkt bereits ab 16 kmh zu viel eingetragen. Auch hier kann ein Fahrverbot verhängt werden, wenn ihr innerhalb eines Jahres mehrmals 26 kmh oder mehr zu viel drauf habt. Wurdet ihr mit 21 kmh oder mehr geblitzt und habt einen Bußgeldbescheid erhalten? Eventuell kann dann ein Einspruch gegen den Bußgeldbescheid sinnvoll sein. Was ihr dabei beachten müsst, erfahrt ihr kostenlos unter www.bußgeldkatalog.org. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mehr dazu, welche Bußgelder bei Geschwindigkeitsüberschreitung zwischen 21 und 30 kmh drohen können, erfahrt ihr in unserem Ratgeber zum Thema. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Lasst uns ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat und vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Hier findet ihr weitere Videos rund um Geschwindigkeitsüberschreitung und zum Verkehrsrecht. Bis zum nächsten Mal auf Bußgeldkatalog.org